joo servus leute und herzlich willkommen zurück zum fdb projekt und was heißt zurück wir sind es hier am start mit dabei ist natürlich so schön ja klar hat kommen mit ich du hast noch kurz holz abwarten warte ja was mache ich alles vorhaben wahrscheinlich ganz schlicht und einfach ein bisschen magie ja das darfst du machen darf ich wieder machen machst du mag ich wurde ich wurde die maschinchen das schon farmen gehen von mir aus was das schon von mir aus farmen gehen die ganze zeit farmen erfahren gehen erste form ja das macht die quarry doch ja wenn meine haben dann ja ich krieg nur noch voll schnell ein bisschen essen mitnehmen genau schon ein bisschen was überlegt dass wir in die richtung gehen und gerade hinlaufen muss ich mal kurz muten macht es habe eine hölle gefunden kommen wir zu mir hörst mich ja noch da ist schon meine erste zombie echt eine große höhle gell ja riesig ich glaube bei meinem texture package bis sie was schief glauben sehe ich gerade jetzt ist noch im normalen links egal stimmte eins vier kommen wir nicht so ich bin mal gespannt wie was ich körper abbauen kann ach du hast schon so ein table ich glaube Eisenspitzhacke ich glaube Eisenspitzhacke braucht man dafür das ist besser so okay hast du schon mal drei steine drei woho gleich ganz körper so drei steinchen ja hab ich dir gut danke so es sind nur zwei ich habe da zwei hingeworfen drei drei habe ich hingeworfen ja meine hier meine ist ins loch gefallen ja ich hab schon ich hab schon warum leckt es jetzt wenn wir leckt es nicht ich hab mir jetzt gerade umgekleckt keine ahnung warum kann ich hauen ja ähm mach mal hopp komm hier hat es Gold oder? das ist doch Gold nee, Kopper ein bisschen nicht mehr hexet, okay ja und ach stimmt, auf der Höhe gibt es ja gar keinen Gold ja nur bei Hexe ähm ja geht die Hülle noch weiter? ne, ich höre schon aus achso da oben ist wieder so ein Obsidian-Ding ja da gehen wir hin dazu hässliche Dinger oder ein Abschied oder ein Abschied äh jaja tschö mal tschö mal tschö mal tschö mal ich geh da schon mal hin ach schon ein Schwert ja Andi ja ich hab schon ein Schwert wo 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 schon ein paar Monate her, wo ich das zum letzten Mal gespielt hab k schon nicht nur noch das so nötigen vorsicht reit mich an und das aufs kreis gern komm mal zu mir wieder an der match bekommen gott schreibt mich an natürlich ist doch einfach die erwähnt wenn es von mir wegfliegt ich habe ein taumiums wort um dein leben ich kann nicht mehr rennen aber warte mal da unten hat es glaube ich eine höhle sollen wir hier bleiben ich finde es hier schön ja wir bleiben jetzt hier ich bin da oben auf dem berg weil es mich suche ich baue jetzt schon mal eine kleine Basis schon mal auf oder sollen wir sind ich bin da unter dem berg da hat es hingeplatscht ja da weiß ich aber wo du bist steht ja auch dran lad's latest dad ich sehe da hinten schafe soll ich die scheren oder lieber scheren oder kill da ich habe mich schon vier eisenbarren jetzt ich habe schon vier eisenbarren jetzt ich will mal noch die Schweinchen töten schön bieten so eventuell landen wir oben zu meinen gäste ein haben nur eventuell ja zum beispiel weiß ich noch nicht ich war wie es bei ihm läuft wird witzig so soll ich einen spitze hake schon mal machen ja klar ja frage sollen wir jetzt um so eine höhlen zum beispiel in den berg base machen dass die base nur unter drin ist oder sollen wir irgendwie außerhalb drauf bauen ja eigentlich recht egal wir können auch den ganzen berg ausbauen haben wir oben drauf was und in den berg und unter dem berg ja ich weiß ich komme runter juhu ja genau und ich bin genau hier gelandet ok da würde ich sagen dass wir uns hier reinbauen wie kann man nochmal die minimap öffnen und diese pünktchen da weg machen ähm zu viel ich weiß ah ok hab's Kohle hast keine war doch zufällig was doch dahinten hat Kohle oh mach uns mal Kohle wolltest du ja ich mach uns mal kurz den Ofen jo wo wolltest du anfangen uns zuhause zu bauen ich hab da schon wo reingegraben warte ja warte hier hm näh oder was na sag mal soll ich nicht mal da vorne anfangen da haben wir da schönes tageslicht hier ist so dunkel ja schon auch wieder hier wo die Kohle ist ja am besten mal schön aushöhlen ja wenn äh ja ja wir können eigentlich da drin eigentlich voll das Ding machen halt alles dann Türe durch hier da mach ich von oben rum zu von oben rum zu so und erz von der Decke wo wir mit Eisenspitzake erbauen müssen wahrscheinlich dieses wie heißt dieses unnötige Zeug da nochmal und keine ahnung mehr ähm keine ahnung mehr ähm ich sag' ne so 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 ähm und einspitzake ähm und einspitzake und wir haben hier unsere schöne erste Kiste schon und ähm ähm so so generator und gas und da hat er sich wieder gemuted weg scharf ok ähm ähm so so zack 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 hier so ja so so ja kann sich noch irgendjemand von meinen zuschauer noch erinnern wie ich damals bei julius projekte dabei war beim fdb projekt ich kann mal interessieren da bin ich ja auch nicht so weit gekommen da bin ich gerade mal beim rtfm gewesen wollte eigentlich nächste folge aufnehmen hat es geheißen ja projekt ist geschlossen ja bei mir dürfte jetzt noch mal keiner mehr zufällig noch ein holz dann kann ich für uns bei dem bett machen ja auch richtig gleich oben noch ein bisschen kohle holen welchen eigenes zimmer haben oder ich freue mich nur ein bett ein holz so das schlafstunkelschmerven noch kurz ich habe einen eimer da tue ich jetzt draußen hast du mir die eisenspitz hat gell ja ok geben wir die mal bitte genau auf crow ähm hast du noch was zu essen ne ich hab dir vorher auch ein bisschen was zu kochen ja das war ein ding nachschiedsamen ja ich habe nur zwei fleisch also kann ich mir eins davon geben dann gehe ich ein bisschen rohstoff holen so ähm ja alles fängt mal mit dem samen an ich habe dir noch nicht von meiner werte erzählt gell wo ich so übel viel schoko rum gemacht habe bevor ich jetzt hier angefangen habe ähm ne ok muss ich dir irgendwo mal zeigen okay wie ich habe doch mal geistet ab wie es gibt es hat noch mehr lohnt eine query aufzustellen weiß ich noch mehr lohnt eine query aufzustellen was braucht man das nun mal eigentlich alles was sind viele monster ja man braucht eine diamant spitzacke zwei diamant zahnräder zwei gold zahnräder ein redstone und drei eisen zahnräder trifft ihr das brauchte man glaube ich ich habe jetzt kurz gerechnet irgendwo in der höhle in der Richtung läufst du gerade? Sehe ich schon gar nicht ich bin bei minus 100 ne 200, 200 und 350 ich glaube jetzt kann nur rum Samen zu sammeln dass wir was zu essen haben ja hörts Hühnchen, ich töte einfach mal ein paar Hühnchen das ist recht, ich habe irgendwie auch nur das Default-Ding ins Wasser drin genau, das ist ein bisschen komisch und ich habe keine Portal Guns Sounds was hast du nicht? keine Portal Guns Sounds ja, ich kann ein paar Hühnchen mitbringen nice, ich habe eine Höhle gefunden und ich stehe auch mal ein bisschen tiefer was ist denn das? äh, wo waren noch mal unsere Feis? ich glaube in die Richtung doch irgendwo geht doch weg, Schaf das ist ein Marble, oder? ja ich bin gleich Hühnchen mit ich habe, warte vier Hühnchen ich drücke irgendwie immer auf Tab zum Inventar weit machen von Daisy noch gewöhnt ich bin auch schon ewig kein Minecraft mehr gespielt ich bin auch schon ewig kein Minecraft mehr gespielt oh äh das waren noch mal die Cards von unserer Base keine Ahnung ich habe Oranium Ohr gefunden ich habe Oranium Ohr gefunden Gott ich weiß nicht wo wir uns bei warte aber da hinten war das Obsidian Ding ah ich habe es gefunden ok dann ja ok dann kann ich halt schon die Hühnchen mitbringen gehen wir nachher auf Solar oder auf äh Wasserenergie auf alles würde ich setzen das war halt am Anfang billigständisch würde ich halt sowas nehmen uff gleich teuer eigentlich so gesehen brauchst du für alles Generatoren und so ja so Kram aber wir könnten ja eigentlich Solar nehmen weil wir können ja nachts einfach schlafen gehen ja dann haben wir auch die ganze Zeit ne Stromproduktion das ist doch klar ja die tun ja nachts keinen Strom machen oder? ja auch nicht und Wasser tut die ja nachts auch machen ist ja Wetter und Umgebung unabhängig komm Tünnchen weißt du was wir am Anfang alles noch brauchen für so kann man noch dieses die Erze kann man noch pulverisieren und dann ja schmelzen ja Maserator ja nein oh 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 kack Creeper halt ohne Witz ok wir müssen irgendwann mal alles schön ausleuchten ja ich hab schon ein bisschen von den Berg ähm oh so ich soll mal ganz kurz hier für die Hühnchen ein bisschen was einbauen dann guck mal bitte kurz was wir alles dafür brauchen an Rohstoffen ok für einen Maserator am Anfang können wir ja unsere Energie aus Kohle machen ich glaub ja ja würd ich auch sagen eh stimmt ok weil ich hab schon sechs Tin Ohr und 27 Eisen, 25 Copper so dann mach ich ganz kurz kleines Zaun vor dann kann ich dann nachher unsere Hühnchen zeigen ok ok hast du schon einen Stoppo oder irgendwas gestellt? ne egal machen wir halt die Irsche Folge ein bisschen länger ja weil wir haben um 41 oder so angefangen das sind jetzt gute 20 Minuten wenn ich es richtig also würd ich sagen dann beten wir kurz wieder vorher ja lass vielleicht noch ein paar Minuten ich bin mir ganz sicher aufs 41 fahrer ok dann warten wir noch kurz so 2-3 Minuten Mauer bis 10 nach dann hast du ein bisschen Überlänge ok die erste Fahrt so dann schick das Zaun vor dann kommen wir jetzt mal her Hühnchen na jetzt weiß ich warum es bei mir geleckt hat mein DC hat Update gemacht hm kommt rein Hühnchen kurzer und her ihr macht einmal Liebe äh wo ist die Zaun vor da nein bleib weg so dann einmal so ein bisschen da bleibscht drin so jetzt jetzt zwei Brote machen ich habe jetzt zwei sechs Weizen dann tun wir Weizen dann tun wir Weizen dann können wir hier auch schon nochmal anpflanzen ein bisschen hier hin so also ein Messerator craftet sich ja eigentlich recht einfach so ich glaube wir haben schon alles für ein Messerator wenn du drei Flint hast ja wir haben hier Keys ja genau dann besorg du mal die drei Flint den Rest warte braucht man dafür Redstone ok zwei Redstone braucht man noch den Rest haben wir jetzt ich habe eine Schaufel hier so 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 Ein Flind habe ich besitzt, zwei Flind, drei Flind, gut, so, mir haben wir ein bisschen Weizen angebaut, ein paar Mietchen geholt, unser Base steht schon so halbwegs, dann danke rechtzeitig fürs Zuschauen, lasst den Bewertungen da, wenn es euch gefallen hat und man zieht sich bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao.